Das Lackbäume ist Matan, Teure von Pneemiasa, Teure. Und Matan, Teure, Schwies, rief du unter Teure, a duz ist Biyoim Chassunasoi. Der Chassene-Tog, zwischendr Eibischte mit Iden, duz ist gewähn Matan, Teure. Und als Pneemiasa, Teure ist Lackbäume, ist Matan, Teure von Pneemiasa, Teure, ist wegen wem in Rett, mein Wehrer Chassene gehad. Klall jeserl. Das ist unsere Simche. Das ist die größte Simche, was kann sein, als durch Pneemiasa, Teure hat man a tiefere Heskarschriss zu dem Eibischte. A so steht Klor in der Säure. Der Säure akadisch sagt, als Pindwiese du in Teure, Galje, der Teure und Pneemiasa, Teure. A so ist da bei Iden, der verran Galje, che binne Schmassai, und verran der Pneemias von der Schmassai. Und derselbe sagt, bei Iden, er verran Galje, der Kutschebrichu, und so verran der Pneemiasa von Iden, sogt der Säure klur. Ach, durch dem, was mal lehren Pneemiasa Teure, verbindt man Pneemiasa, schelhanaschame, mit der Pneemiasa von Iden. So, man soll velen Upteitschen, pushet der Wetter, wo es ist lag Bäume. Wir können reden, die ganze Nacht. Aber der Bottomline, als man sagt, an der Eibischte hat heint, ist unsere Chassanetag, weil mir haben, bei Kiemen, durch Pneemiasa Teure, haben mir ein Pneemias, die Gäschchen zu dem Eibischte. Sind nicht du mehr? Sind nicht du kein größerer Jichod? Also schreibt der alte Rebbe in Tanje, alle weissen im Perek hey. Und nicht du kein größerer Jichod zwischen Jeden mit den Eibischten wie durch Teure. Und der alte Rebbe rät in Tanje wegen Galje, ist es teure. Aber der Zoya-Kaddisch sagt, dass durch Pneemiasa Teure ist mein Mekasche dem Pneemias von Eid zu dem Pneemias von dem Eibischte. Und dafge teure, wie es ist gegeben geworden, dolle Mata, nicht wie teure ist in Ghanedin, nur dafge teure, wie es ist gegeben geworden, oft Al-Ha-Aretz, dort in Bakitmen der größte, tiefste des Gäscheres mit Nebischten. In das Inserrachasenetag, Teure Rätnisch zum Chasvicholem, Melitzis, zu schönen Sachen, scheinen Gedanken, das ist Emeslamitai, das ist jeder Wort des Kedisch-Kaddosch, kommt doch heiss an der heutige Tag, das ist Inserklall-Yisraels Chasenetag, mit Nebischten, in der Kapneimis die Knöfen, wie viele, wie sie gewinnen beim Matten Teure. A-Gam, beim Matten Teure, ist alles gegeben geworden, aber mir weißen, dass be-Poel-Mamisch ist be-Gilui, ist be-Z lag-Boymer, ist be-Gilui, ist gewinnen Gal-Yisraelsch beteure. Ich habe in der Zeit von der Ratschvi, was der A-Gam, sie kann sein an nicht alle Weisinders. Adetug, was des Yohim Hestalkos von dem Abishimin bei Yechoi, achitzt, was der Hestalkos die Gewinnen amäuret der Kedisch, neggei jetzt a-Kleil Yisrael, if ranah wichtig ke-Yisraelsch, as der Ratschvii hat Megali gewinnen. Die gräste soydes, was er keinmal nicht Megali gewinnen, hatte das Megali gewinnen auf dem Tag von Lag-Boymer, fahr sein Hestalkos. Ise ganze Wort aus Lag-Boymer ist Matten Teure von Pneemis Teure, da red min ich wein de Hestalkos war Abishimin bei Michoi, dass red min as Biyoim Hestalkos sei, hat dem Megali gewinnen die gräste soydes. Und der Fahr heisst der Tag Matten Teure. Wustaf a Yid wählen. Wustaf sein auf dem Kopf a Yid. Wustaf er wählen. Er darf wählen während Horma Stikel scheichers in dem Ebesch. Zinnicht du mehr und zinnicht du etwas anderes. Ganz Jedeschkeit ist weg slakonisch boch. Der Altareb sogt den Tanje als sehr wuchtig avort was ishach es zu Yid Einer. Da Altareb teits den Tanje av leshmoh vus meint beltit mitzvus leshmoh oder malen teure leshmoh teits da Altareb ois poshet kipšutu amedaf liggen pavos lenich teure pavos tuach amitzve vall ich will zain me kushe mit nebishtve se nishe pisa amadrege vus gamaht vah grose tzadikev jede yid vus trach zich harain abissle vene davant vus meint er ebishtve nebishtve 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 doch doch panimis teure bakrump min as seiches panimis mit panimis shalakadish barucho darzak tu zain amoyre de kiontiv ich veis as a heint ik kerasen is de letz de zwan tig joh dreistik joh abe geseh nebishtve zain amol vlek zain intervirus vuzi gewen de intervirus a zoi vi de chus en kalle home apes a jire a rein fall in walt a chus en is no chus dage et rein fall in a walt d d d m d 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 Gott, er läuft, er weiß nicht so viel, man darf ihm nicht intervenieren, er darf auch intervenieren. Er kiegt euch, als er der Freilichste bei der Chassene, er macht jenem, wenn er was gewusst, wo es mein Chassene, weiß ich nicht, wie viel er da so singen und tanzen. Aber bei Paul, aber bei Paul sieht man halt, als man läuft. Es wird wieder verliebt, und man hört das heintige Chassene. Es wird wieder verliebt, und man hört das heintige Chassene mit dem Nebsten. Er hat Poshethon, sie macht es leid, und man hört das heintige, und man hört das heintige, wenn man hört das heintige, und man hört das heintige, und man hört das heintige, dann bin ich. Die Ecke ist, man darf wissen, was ist die Bäume. Was ist das? Das ist unser Chassene, was wir haben einen Weg durch Teure, Pneumis, Teure, haben eine neue Dicke, die es mit Nebel stehen. Was wir kennen das nicht um, Le Maile, die Zadigke in der Nähe, kennen das nicht um, nur Teure, Le Maile. Und Heimt ist alles der Chassene. Es könnte mir kurz, darf man wünschen, der Chuss in der Kalle, also sein soll sich halten, der Schilder, seiner Binnen hat er ja. Und man darf sich, man darf aufhüten, der Chuss in der Kalle, man darf wissen, man darf sein Getrei, und man darf pushen, nehmen sich zum Leben. Und die ist freilich, dass er laut Bäume wird zu sein, Nicker, was ziehst du morgen? Gehst du dich ab und zu lernen, noch ein Wort, ich zieh das, übertrachten noch ein Wort, soll er reingehen in meinen Schummel. Der, was lernt, ich zieh das, erfülle sein Neffesch abarmes, will lernen, ich zieh das. Es ist so tief, in so einem Geschmack. Es ist eine andere Welt, darf ein Mensch liegen in dem. Er darf liegen, in der Toggen nach, darf er liegen, tracht nach Siddas. Wo ist er, wie ich ein Köhleret? Das ist nicht mehr, die Gitarren, das sei für Jöjze zu sein. Das ist Chayim. Das Retzig wegen Chayim. Chayim darf in allem der Toggen nach Siddas. Das ist unser Chayim. Ich schlage, dass ich bis zuerst hilft, dass ich ein Ausnitzel im Heitek und Tog habe eine Wirkung auf uns. Das ist ein Leben mit Siddas. Wir haben ein Er hat einen Mitzwiss zu werden mit dem Kurschen zu dem Mäbischten. Er hat einen Lernen, einen Teure zu dem Leben. Er hat... Er hat einen Trachten, wo es tut sich. Aber wir sagen in Amerika, jeder einer, er hat einen, er hat einen, er hat einen Stoff, er hat einen Schiff auf einen Halben Regen, wo es geht. Er hat einen Lernen. Er hat einen Lernen. 30 Sekunden fährt der Lernen. Er stellt sich auf, in der Tracht, wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe lernen dem Mäbischten das Teure. Und der Mäbischten hat sich reingelegt in der Teure. Unsere Atemlöiken. Ich lerne das Stück und Gemüse. Ich lerne die Beine hier oben. Ich lerne den Mäbischten. Ich habe den Mäbischten allein da. Aber man lerne das Teure. Er hat viele 30 Sekunden, sich aufzustellen. Jeder lerne. Sie lerne 8 Minuten. Was gehe ich dort hin? Was meint lernen Teure? Und was meint hier eine Mitzvah? Jeder meint dort eine Mitzvah. Ich gehe jetzt mit dem 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 Mitzvah. Ich stelle jetzt mit dem Mitzvah. Er schrieb jetzt mit dem Mitzvah. Ich gehe jetzt mit dem Mitzvah. Dann place den Mitzvah. Ben es zehnmal bei dem Mitzvah. Zainananda Davenen. Er sagte der Rebbe Tanja, dass wir uns nicht in Kiddushin haben. Der Rebbe hat die Kassanin mit Ayi durch Dain, was hat die Tita mitzvah. Er wird bei der Hoffnung auf der Kiddushin. Das ist nicht passiert. Aber man darf das Trachten wegen dem. Man darf das Mechashiv sein. Man kann es nicht sagen, Ja, ja, so steht du. Ich denke, es kann stehen von Heint bis morgen. Aber man redt nicht zu sich allein. Man verbringt nicht mit sich allein. Das ist ein schönes Wort. Das sind nicht auch schöne Werte. Das ist Werte, was darf uns zertreißeln. Es wird kitzelt. Heint bei Nacht ist in der Jontef. In der Kassanin. Er hat sich ein Mazel Tov für alle Jeden. Es kommt ins Alla Mazel Tov. Und man darf das Upschatzen. Und man darf heint bei Nacht, da kamen aus Beten, und der Kassanin. Er hat sich in der Kassanin. Das ist eine sehr gute Sache. Er hat sich in der Kassanin. Er hat sich in der Kassanin. Er hat sich in der Kassanin. Aber man darf allein. zu schiefst du. Er hat sich in der Kassanin. Aber mit dem anderen muss man sich in der Kassanin. Er hat 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 sich in der Kassanin. Was ist Pulkhane? Pulkhane ist gearbeitet? Oder wunderviert? Pulkhane ist jere. Les Pulkhane. Awoide, Awoide. 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 ich holde auf einen Sch Uganda an der Kassanin. nichtjaue. Unt getsausch mit der Kassanin, wa vedelete mich. Und ich πά inputs. …so Molte, sehr gut. Und ich mach nicht. D month? Puls. Ich mach nicht. Ja, ja 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 ja! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja. Alle haben schon gesagt, lechauen, du. Ziemann, bis man hat mir selbst halb verschlopfen, du. Lagt Bäume. Wie können es sich fast sein verschlopfen? Also, habt ihr ausgekickt bei Eier Chassene? Halb, halb, halb gepägt? Hallo? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja! Ja, ja 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 ja! Ay ja 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 yiyi! Ah ja ja, ja 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 ja! Oh, yai, 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 yai Ja, 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 ja Lachayim, lachayim. Es ist sehr interessant und sehr wichtig zu wissen, ob der alte Rebbe kocht so sehr in Lachita Teure, in Teure Auer, an der ganze Ingen von Davenen, was Teure, äh, Twillet, ist bemaukem Karbonnus-Techno, was Lachayim, wuss fahrshaiches Twillet bemaukem Karbonnus, wuss fahrshaiches hat Twillet mit Karbonnus. Es ist der alte Rebbe Masbeer, aus Pinkwiese, bis manche Beisamigdash-Heurekaien, die gewähnen an der Weide von Karbonnus, und der Rambam lernt, an der ganze Mitzwürfenbeuena Beisamigdash ist er habener Platz, an der Rambam lachayim, die sich immer noch in Karbonnus befindet. Und das war die Kiddisch. Der Rambam kriegt so und der Rambam halt so, dass die ganze Ingen von dem Magdash ist, was Ossoli Magdash, wusschchanti beseuchem. Der Rambam ist sehr bekannt mit dem Passag, und der Rambam sagt, dass die ganze Mitzwürfenbeuena Beisamigdash ist er habener Platz, wo man kann Karbonnus bringen. Sehr interessant. Und wer ist in der Scheiches von Tfilem mit Karbonnus? Sogt der alte Rebbe, dass wir in der Neukhet der Himmel haben. Gleich in der ersten Perek von Tanja bringt der alte Rebbe, dass jeder Jid hat zwei Nefoshes, nicht ein Nefosh, sondern ein Nefosh, der Nefosh, und noch der Mäste im Perek Beis, ist da, und es gibt noch ein Nefosh, aber auch ein Nefosh, aber auch ein Nefosh, der Nefosh. Wenn der Rambam ist, wenn der Nefosh, dann geht es um die Nefosh, dass die Nefosh, der Nefosh, Nietz posten Siem, der Herr R AirPods, und er spricht Dach, der Überreicht, die Nefosh in der Nefosh'in, dass die Nefos okay ist. nicht der Leere Liebe, sondern die Nefosh in der Ổ Kirby und die sehr verdienten, die in der Europäule in der Welt war. Und die Welt in der Europäischen Union war, in der Welt der Gäschmüh, der nicht mehr in der Mitte, und die in der Welt war, in der Welt der Gäschmüh und der Gäschmüh. Er weiß, dass der Ebesch der Ruf geschickt hat, die Nesame daer Mutter sagt, dass der Ruf das Kind ist, dass er nicht zu lieb der Nesame ist. Die Nesame ist die größte Erhöhung. Aber der Ebesch der Hota schließt es auf der Nesame. Ich gebe den Gitten. Es gab einen Gitten, aber er gab es. Aber er gab es. Also in der ganzen Brankzuh, 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 und die Brankzuh, die Kicken in den Spiegel ist der Sein, der größte Brankzuh in der ganzen Oferah. Und der Brankzuh, was ich hab, ist die Rieders, die Nischung der Mutter, ist immer zu machen dem Nefesh Abrahams. Ich weiß, was ich stein, was ich bin gemacht habe, der größte Chiddisch war, vielleicht nicht das größte Chiddisch. Und wenn ich bei dem Chiddisch habe, ich habe gesagt, dass die Welt, immer zu machen dem Nefesh Abrahams. Ich habe auch schon gesagt, so geht der alte Rebbe, oder das ist davenin, die Welt der Nefesh Abrahams, ist ein Nefesh Abrahams, der Nefesh Abrahams, das ist ein Nefesh Abrahams. Aber es ist so, wegen Gettlichkeit, wie es ist denn, Geh Retz Abrahams, wenn man sich durchrennt mit Abrahams, was versteht Abrahams? Also, der Nefesh Abrahams, ganz Schaches, ganz Besuch der Zimre, auf dem Biches Krishma, und das ist ein Nefesh Abrahams, der Nefesh Abrahams. Also, der Nefesh, das kann man lieb zu haben. Weil er geht euch dir, er geht 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 dir, der Amts mit dem Haus aus dem Offen nehmen. Es ist ganz der Wälder Satvila, man schaut da rein, in das Pirosh, vom Psyke des Zimre, das rät sich wegen so eine solche Sachen, der Nefesh Abrahams da verstehen. Er schaut sich rein, er wäre geriert. Ja, der Eimisch ist mein Bestes, ich hoffe nicht, dass jeder Rege von mir und jeder Rege geht mir aus. Er meinte, sagt der Alte Rebe. Und also, in Biches Krishma, sehr interessant, was ich am Moura rein getracht wegen dem, zu wussten mir jeden Tag in der Freude, in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche, der schreit Kodash, der schreit Borach. Ich hoffe, dass kein anderer sagt, woher die Kirche sagt, dass er später geht. in der Kirche nicht in der Kirche nicht in der Kirche. Und sie kommt zur Kirche, da darf sie früher wissen, woher die Kirche schreit. In meiner Kirche können sie schreit, sie schreit. in der Kirche, schreit sie. Ich sehe das, in der Kirche, den wir haben, das nimmt sich von den Kirchen. Das heißt, ich rede nicht, was die Kirche sagen. Ich rede zu sich. Du hast doch geschrien, du hast doch gesagt, Baruch. Wenn du bist gewählter Maloch, gib mal, was du sagst. Das ist nicht eine fremde Sache. Das hast du gesagt. In einer anderen Seite kommt der Kirche, der ganze Kirche, der Kirche weiter zu den Nefischen Barmens. Wie bald, der Nefischen Barmens nimmt sich von den Maloch. Du darfst es geben, ein Träsel, gib mal, was er von dir geworden ist. Du bist gewählter in der Kirche, du bist gewählter im Himmel. Du bist doch gewählter Maloch. Und du bist ausgegangen von der Kirche in der Kirche. In der Kirche sagt der alte Kirche, wenn er da wohnt, und er trägt sich rein, nicht nur in der Kirche, er trägt sich in die Kirche rein, wo er sagt, der Kapitel und der Kapitel und der Kapitel. Und er wird sagen, wo er hafta, es ist schmerlich, ich höre, wird er nicht sagen, die Ivere, er sagt mit Diktok und er wird sagen, mit dem Trop. Nein, das meint ich, du darfst halten bei denen. Wenn du sagst, wo er hafta, ob du es trachten wegen der Diktok, du sagst, wo er hafta, retten sie dir. der Mitzvah ist ich, darf, lieber. Wie kann ich mein Nefesh haben, mit dem Lieben in der Kirche? Ist der Ketchup anit? Ist der Mostert anit? Was sagst du in der Kirche? Ich stehe nicht mit der Ritz. Ist der Pfarrer von der Kirche, der sagt, dass er die ganze Nusser hat viele, dass er nicht macht, zu suchen der Wetter, Abidosh und gesuppt zusammen mit Arminien. Du darfst doch aber wissen, dass die Dävene ist ein Dävenin. Nachdem er ist ein Dävenin, der soll er aufgehen, darfst du nach Arminien. Aber die erste Sache, es darf doch aber sein Twille. Twille meint, man rett sich. Ich darf arbeiten auf sich. Dävenin steht, dass er muss kommen. Ich habe noch nicht gesehen, in der Bauerpark. Wir werden dann schwitzen alle, mit der Häuschen aus dem der Kirche. Aber in der Kirche steht, dass er es sagt, Mohammed. Er nennt sich für Krimisch mit Zloisi und mit Oss. Es steht mit Ha-Bi und mit Kastii in der Kirche, mit Zloisi und mit Ossi. Das sagt, Mohammed. Was ist der Mohamed? Wie ist der Taste? Don't give me... Just tell me, it's Geschmack. Gehrezeim. Darfst du... Räden zeim auf sein Sprach. Die hasst doch aber sich ha-zoi lieb. Sie nicht du am Mensch, wie die hasst sich lieb. Du hast keinem nicht in der Welt, wo du hast lieb wie sich. Und dein Sech hast der eine, was den ganzen Tag gittet dir, gittet dir Leben und Gesinnt und alles, wo du hast. Wie viele Behemad kommen sein, in der nicht mag der Teufel sein, wo es der Ewigste geht dir? Er ist Chaim und ihm ist Möwes. Er ist Demus, wenn ein Mensch darf, wie es darf zu sein. Er ist, wenn er sagt, wer er hafta und er betrachtet in Pirrischemilis Du sollst liebhaben. Wer soll liebhaben? Das darf ich liebhaben. Sollte der Rebbe, Pelle der Gesach. Der ganze Davinen ist der Achone zu der Verhaftung. Der Ewigste weiß, aber mit Abitur stehen gleich in der Freie, wisst ihr nicht Homanabe. Er darf doch aber fort Homanabe. Hat der Ewigste gegebenen zur Neitz. Stell sich Davinen, in 30 Mitzbeunen wo du suchst, und geh von ein Kapitel zu einem anderen Kapitel jede Sache mit der Seder. Was der Eppes, 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 was der Schoen in der Verhaftung in der Verhaftung in der Verhaftung, etwas anderes ein bisschen. Was mehr da was Arbeit in der Verhaftung, wird sein einander Verhaftung. Aber Potabler ist so in der Verhaftung in 10 Minuten, dort mehr bis Krishma bin in 10 Minuten. Der das heißt Gewerhaftung. Das heißt Gedawand. Es ist ein Mas bei uns als das ist die ganze Davine. Weil du das machen sein dein mit der Feier von Dein Nefes von Dein Dein Nefes von Leichtigkeit und Feier von Nefes Lich ist der Dämmel der Tunk. Es sehr interessant mit Mitzel Schwitzin. Das ist Alibavitsche Schill. Dafe doch wissen mit wo sind mir Libavitsche. Libavitsche hat eine speciale Uniform eine gespaltene kapotte. Was meint Alibavitsche? Darf noch frier hören, wo sagt der alte Rebbe? Was meint Davinin? Was ist Davinin gemacht geworden? Wir müssen sich nehmen sich zu der Arbeit Davinin anders. Was ist eingestellt als Davinin und der Teure ist noch viel. Steht in Er sich alle gewinnen hat hat sich Davinin ist der erste Sache ist Davinin Länen teure anders. Es kommt euch an der ganze Traum des Lebens der Teure ist eingestellt nach Davinin weil die Länen Teure darf sein. Das heißt auch nicht Davinin das ist Davinin das ist der Teure und das ist der ganze Einzel der Welt. Das Davinin hat Davinin ist ein anderes ist ein anderes das ist eine ernste Sache. Der alte Rebbe sagt das ist Teure ist ein das ist Reise der Reise sagt der Rebbe die Reise was halten das ist der Reise ist nicht das ist wichtig das ist nicht das ist wichtig. Aber das ist Aber das eine Sache die nicht rein rechnen als der Reise ist der Reise ist es knäget der Amach Eivorim Toda Emissionen chulen der Michahen rechne alle Rammach Evorim Das anymore mit dem er dem Chut has ist live Niko Er kann nicht leben. Eine sehr wichtige Sache wie der Schilder, und es ist nicht einer von den Rammach, was kommt da vor? Sagt der alte Rebbe, er muss nicht das nicht rechnen, weil man kann nicht rechnen, das ist nicht der Ewa-Protty. Das ist ein Kloli auf den ganzen Mensch. Ohne, das hält zusammen, und das ist ein Mikasher, alle die Wagen von dem Räuch, alle, das heißt, kommt von der Räuch, durch die Schilder, die alle die Wagen. Es reicht nicht, dass wir weniger wichtig sind. Es ist auch sehr wichtig, dass er nicht kann Ewa-Protty. Sagt der alte Rebbe, eine atomische Bombe, dasselbe sagt viele, viele Leute, die scheinen, lassen wir sagen der Ramban, was viele ist der Rambanon. Sie halten das etwas weniger. Sie halten das so wichtig, dass er ihnen in Kloli was verhält zusammen, die ganze Mitzvies. Weil ein Mensch da ist, und er da ist, tracht wegen dem Eibischen, in der Tracht, was ist da herabgekommen auf der Welt, in der ganzen Mitzvies. Es ist eine andere Mitzvies. Twillen, das ist der Chai ist für die ganze Jüdischkeit. Frana, bei der Welt, Frana sagt, ich habe meinen, ich habe meinen, der Mitzvies ist nicht aufgekommen. Man darf Futterwärm verdienen, man darf es aufsuchen. Das sind die Zeug der ganzen Welt. Das sind die Schäden von allen Mitzvies. Das ist der alte Rebbe. Sie sind nicht viel mit Mitzvies, das sind die Mitzvies, das sind die Mitzvies. Und darf man, wie man darf, in der ganzen Mitzvies sagen, das sind nicht die Mitzvies. Darf man wissen sein, was zu verstehen gibt Chzidis. Darf man wissen, was hat der alte Rebbe gewollt mit Chzidis. Chzidis ist nicht so um Jüdisch, bei allem. Das ist schon. Die ganze Mitzvies ist, er soll wirken auf den Mensch. Und er soll wirken, er soll machen, er nicht bekenntnis. Wann ist die Zeit für den Überkenntnis? Wenn man lernt, lerne ich doch. Der Rebbe ist da, wer stellt einen Mitzvies. Was dämlich ist die Zeit, also das, was ich gelernt, darf ich das betrachten, und ich darf das nehmen zum Herzen. Und ich bin so mit den Beinen in dem, und nach dem, hat er damals in der Westen eine Säure, wird da sein, dein ganzer Schädel vor den ganzen Tag. Das ist nicht möglich, dass ein Mensch der Abzug in den Tafinen wie der Mitzvies. Das hat er nicht gedacht. Das hat er nicht gedacht, dass er nicht wie der alte Rebbe gewollt mit Soldaten. Nicht auf dem, der weggegeben ist, was so viel Zeit ist, und damit nicht wie der alte Rebbe will. Und die, was haben wir nicht so viel Zeit und mitten in der Woche, ist doch eine Epoch des Schabbos. Soll man auch weggeben, Zeit lernen, und sich übertrachten, was wir lernen, und nachdem stellen sich Davenen, Mille bei Mille, und sich herein mit Beinen sein. In Tome wird die Unkeminze ihre Freude erschütter noch in Davenen, wird hier ihre Freude wird auch sehr aufschätzen. Sie wird auch nicht schreien, aber ich will sagen, oh mein Mann, hat sich nicht mehr zu Davenen? Er wird nicht verlieren, und eines Tages will er aufgehen, nicht er aufgehen. Man darf wissen, dass heute sagt viele, das und dem geht nicht. Wir können lernen, sie das von heute bis morgen. Heute nimmt man das nicht sich allein, und das ist wie gerätzt mit dem Dach. Es scheint, dass es lag Bäume, und man sagt, was hat das uns gegeben, was meint das für uns? Es darf sich werden erschienen, und wie er soll sich Davenen, 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 wie ich mache Achone zum Davenen. Geheim und Geheim. Geheim und Geheim. Geheim, 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 Geheim Ja 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 ist ja... Ja, ja, ja! im Ja, 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 ja Ayyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ich will euch so ganz schön. Okay. Es ist ein solcher Entstoß, ein Quere, dass keine Sache hat sich nicht gebeten. Ich sehe es, es kann sich nicht beitern. Er muss sich nicht beitern. Und es ist so, dass es sich nicht beitern kann. Es ist ein solches Frieden. Alles, was man hat, macht man weiter. Aber ich will euch geben auf die Gries, also wie ich bin ein bisschen älter, ich habe gegessen mehr Patates wie die Sache von euch. Ich will euch immer geben auf die Gries, wenn mir seine Gewinn bochen kommt, jeder boche, das ist rein zum Reben auf Yechides, was Demos hat man doch gekannt hereingehen, jeder boche hat gekannt hereingehen zum Reben, ein Molajor. Und die Teres ist gewähnt zu sein Joimeladis. Aber zu sein Joimeladis hat er schon nicht nur geredet wegen, ich bin geboren geworden, ich bin geboren. Ach, das ist ein grüßes Simch auf der Welt. Mit uns ging es in der Zeit reingehen zum Reben, das was hat gefällt ihm und was hat gebadet ihm. Und Tom hat ihm nicht gebadet, hat ihm gebadet, also er nicht gebadet. hat er das allein, aber mit sich ausgegossen zum Reben, der Herz. Und der Rebbe pflegt sich vernehmen mit jedem boche, was er hat nur gefragt. Und nicht nur das, ich gebe euch immer eine Gries für den Namo, wenn ein boche sah rein zum Reben auf Yechides und Tom bescheuzt die Yechides, ist er gewähnt zu Tummelt, weil er gestanden dort mit ein paar Jahre, ich kann es sich nicht vorstellen. Ihr dürft verstehen, dass er allein ist mit einer kleinen Kuchen. Aber wenn er mit gereinztem Reben und mit gesehen, wie ernst der Rebbe ist auf Yechides, hast du gesehen, das ist serious business. Der Rebbe ist gewähnt, der Rebbe ist auf den Zettel, hat er vielleicht nicht geschaut auf dir, du hast gedacht, dass er nicht geschaut auf dir, weil das ist gewollt, dass es geht nur so. Und der Rebbe hat geschaut den Zettel mit dieser Ernstigkeit. Zum Sof, Yechides hat der Rebbe aufgehäuben seinen heiligen Augen und hat er auch geschaut den Bochereinen. Es fragt mich, wie er so, jetzt hat er ihm umgechappte Zettel. Es ist Dämmel sie gewähnt, also der Bochere sah rein zum Rebbe und der Rebbe pflegt ihm verschiedene Sachen in der Wahrheit des HaShem. Und Tomer hat er getracht, dass er das nicht hat, hat er reingeschrieben dem ganzen Nussach, was er hat gehäbt und der Rebbe hat es magie gewähnt. Der Rebbe hat magie gewähnt, was er hat gesagt zu dem Bochere. und der Rebbe und der Rebbe hat der Rebbe mit der Rebbe verbrengt. Man hat sich gewähnt, der Yechides hat gewusst an der Bochere es dort bei dem verbrengt und hat zugelegt Sachen an der Bochere, die er gewusst hat, und der Rebbe hat die Rebbe gesagt, in dem Nussach an der Bochere hat der Rebbe gesagt, dass er gewähnt an Jesuit er darf sich nehmen an der Bochere an der Bochere zu sein Tage, er sei jünger, darf er noch einmal spielen, aber er wollte dass er gewähnt, wie sagt man in Englisch, a given, dass er nicht gewähnt an der Ausnahme. Das hat der Rebbe gemacht von jeder Reine Bochere. Das heißt Jüdischkeit ist eine andere Jüdischkeit. das ist wert Eben zu haben. Darf man wissen an der Aleph Beis ist, aber man lernt das nicht genug. Die ganze Zeit ist doch gemacht gewohnt, auf zu Eben machen sich. Oder tun mit sich. aber Eben wir nicht Eben aber Eben arbeitet. Eben das hat gewöhnt bei jeder Bochere in Tomechitimim. Ist Demos, also er hat getaner als Bochere, versteht sich, dass er wird weiter in Tomechitim. Aber das hat der Rebbe gewöhnt bei jeder Hossit. Er hat Eben hat gewöhnt in Tomechitimim. Aber es ist so in Tomechitim. Er hat Eben 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 Das macht Eben 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 Aber du wirst schon von Freie, wie lange du wirst das Nemens in der Sohrewein, kannst du schon vorstellen, dass es ein Fake ist. Du kannst dich wissen, wie lange es ein Nemens ist, das Nemens? Daher Freude wissen, wenn das zu greit in den Schult ist, das ist ein Seminar, wenn ich allein kommen. Aber Freude wissen, dass jemand in der Schule darf nicht. Er lernt Farah, er lernt, er lernt, er sieht, er ist in der Gretz. Aber was meint er, ob davenen, in der Gehen der Heim, das ist ein Pesar, you got the wrong organization here. Chabad ist nicht das, das ist ein Dauber. Nicht das ist Chsidis, den ganzen Chsidis ist am Zaldas Nehmen zum Herz. Wie macht man das, am Zaldas Nehmen zum Herz? Das ist ein Aboi der Rabbe. Ich gehe zum Zaldas Nehmen, sagt der Rabbe. Ich denke, wir haben jetzt noch ein Kompfetik, von Dauberin, von Dauberin. Ich weiß nicht, wir kennen uns noch ein Dauberin, das ist noch ein Dauberin da. Das ist noch ein Dauberin, von Dauberin, von Dauberin, von Dauberin, von Dauberin, von Dauberin. Und da ist eine Verabschung, von Dauberin, von Dauberin, von Dauberin, von Dauberin. schön, das heißt gedauert. Ihr wisst, als viele der Kitchen Cook in L'Barritz-Yeschiva, wenn ich bin gewinn, ich rede nicht von L'Barritz in Russland, in New York. Ihr gewinn der Cook, aber sie gewinn, weil sie es aufgehört wird in der chsidische Stube. Wie auch schon ihr kein Wissen, sie der Buch hat sich verdauert, sie hat Poshetof gestanden ins Bett. Und sie vielleicht dem Geben a guten Mischepäer, don't tell me du hast gedauert bis jetzt. Sie haben ein bisschen geschlafen bis jetzt. Sie gewinn, da war Poshet, da viele an den Kacherin hat verstanden, wie kommst du auf so Frieden bis zum... What are you doing? Das heißt gedauert. Aber dann, die deures, also die deures gehen weiter, die drucken, aber da viele nicht wissen, dass es nur ein paar Sachen ist. Das ist ein paar Sachen von Amor. Das ist nicht kein Amor, das will der Rebbe von jeder Chasset. Sie können nicht, gar nicht wird geschehen von Lenin, aber man wird nicht nehmen, was man lernt zum Herz. Aber man tragt das nicht über, und man redt nicht zu sich, was habe ich da gelernt? Was meint das? Ich kann gerne mal ein bisschen amor, so gehen wir ein bisschen, ich meine Schuldiken, aber ich will ein bisschen machen Freilich durch, bald. Ich will ein bisschen, aber ich will ein bisschen, aber ich will ein bisschen, wie es bedarf zu sein. Ich will ein bisschen, was mir gesehen, aber der alte Rebbe redet, was er will, und was er macht. Von einer Seite sind wir ja so weit, dass er nicht... Aber leidach gisset, der Rebbe hat geschrieben, in der Gdome Fintanje. Also ich weiß genau jeder Reiner, was lernt dem Zefer, ich kenn dich. Sie steht in der Gdome, Rebbe Eul. Ach, bjaduai umakirai. Was ist der Loschen, nächste? Wamenen. Ha? Anno... Klamine. Ich kenn dich. Die meint sich, ich kenn du nicht, ich weiß schon, was war Zasker, du wist. Wenn ich hab geschrieben, dann hab ich gewusst, wer du bist. Und ich rätze dir. Das muss man nicht sagen, amul, nein. Ich hab geschrieben, er sass hat Ziffer, also ich meint, haka Rebbe Eul. Es ist nicht ein anderer, der meck seiner, vergessene Nummer, von der Rebbe, wo du bist, der Chusset, von dort von Antwerpen. Aber Adi Lernst, Tanje, sagt dir, der Rebbe, Fafam. Die war schon im Pekkel, ich kenn dich, und ich geide so genu, Azach, was in dir, ne gehe. Stellt euch vor, der alte Rebbe, red in Tanje, Azah, Möhre, de Kazach. Der alte Rebbe, das ist der Alef, Beis, Vachzidus. Der alte Rebbe, red, er macht, apu, haka Dummes. Kein' Rekord, geht zu verstehen, wos meint Aid. De Mitzash wissen, wos meint Aid. Ademus wissen, wos Aid is, wisst du wissen, at dein ganzer Möhre ist, du willst nur ein Sach, du willst sein, dovex zu dem Möhreischen. Das ist dein ganzer Möhreis. Wos? Dein ganzer Möhreis ist, du hast ein Awe, mit Suterres, du hast eine Liebschaft zu dem Möhreischen, du kannst nicht sein, und nein. Wirst du weggeben, dein ganzes Leben, nicht zu verlieren, dein Sach zu dem Möhreischen. Das ist der Teitscheid. Möge sein, aber fremme jid, möge, hast du schon sein, noch nicht, das ist der Teitscheid. Aber mit Sade sei nischome, wos Aif amokt, wos will du nischome, nur ein Sach. Daube, kudome, ebischt. Noch dem, zogt al-te Rebbe, noch ein paar Sach. Ademus sehen, azayid, hafila kalche bekalem, wenn es kind, zu verlieren, und hafila kalche bekalem, dem Stickel jid, was er ist, bett er sich, muise nefisch sein, al-kiddish ha-shem, abinisch zu verlieren, dem Stickel jid, der Sach, als er es verbinde mit nebisch. das sind die Zweiklolem, fred, hafila, zu wissen, wer du bist, und wie viel ist das dir in Igehe, zu dir a so in Igehe, ade, was er weggeben, dein Leben, nicht zu verlieren, dein Scheich, ist der Mäbisch. Das ist der Mäbisch. der größte Chiddisch. In der Rambam berechnet uns zwei Mitzwö. In der Rambam macht die zweite Mitzwö. Achter es, Hashem. Das zweite Mitzwö und lernt es aus dem Schmai Yisrael HaShem Elkeinu HaShem Echad. Aber der Zoya Akadish und der Zemach Zedek bringt es der Zoya, das ist drei Mäu. Lachol Epoch ist drei Mäu. As Mitzwö Achter es Hashem is nicht a separate Mitzwö wie Emoon es Hashem nur das ist a pratt von Klaal. Du schießt in dem Klaal von der Muna ist Hashem as ich Gleib in Achter es Hashem. Mein Name gibt es die Klaal und sie hat prattet. Das ist die Klaal und sie hat Asayid ist Muchen a weggeben sein Leben oi bevet zu den Stimmen mit seiner Muna. Gibt es die Verstehende alte Rebbe oi bezoi west du a weggeben dein Muchus ist als der Atom tritt der Opfer achter es Hashem bist du euch das schmai hat sich geschmai weil das ist das ist a chelig für den Muna. Teub dig leib nicht in Achter das Hashem das heißt dig leib sich in dem ebisch denn beteucht dem Klaal von Leben in dem ebisch denn ist der ebisch der einzige Gesach was er verran und kurz der ebisch ist gar nicht verran Sogt der alte Rebbe nachdem das meint das auf jüdisch aufgeteigt was er teigt Hashem echot Hashem echot meint als hegornishtu achitz ebisch te oib vavos gitt es du as aches behrim aber der Rebbe nukhut amarem hat an andre gang vavos ist no du ebisch te eis doch du meint to do the table to do die ganze sheine cake do was he is to not do da ebisch so sagt alte Rebbe als die ganze welt in alle welten als legabe dem ebisch dind heißt das nicht verran als das so verran ist hot nicht kein werde nicht legabe dem ebisch tins verran enkeit is die ganze welt in alle welten als hot nisch kein weder gore nisch is aiba zoi is a shem ech ad me as in dem gegen heit venn me bisch den gebt nisch kanan der mits iz oib oib zoi zoi zog tal ter rebe as ich hal tl mus el as ich bin am at zis after all oib ich bin nisch lebe sa me apa kint ich mein po sch tse se se sah tika rohe lesk oib do bis me chashev de gif te apes an akkennennkaid zu noch am Ziel ist, heisst es, bist der Käufer, nicht mehr, nicht weniger. Du kannst es hören, dich meine, aber ob du fühlst, also da noch etwas, das heisst es, es ist doch nicht vorhanden. Und du hältst es ja vorhanden, bis du ein Käufer im Ebenen bist, spielst du doch da mit dem ganzen Jesuit von Jüdischkeit. Und du, wirst du doch weggegeben dein ganzes Leben nicht zu seiner Käufer. Und das heisst ich kein Käufer? Kommt zu Kulte Häus an der alte Rebbe. Mond! Und also lernt der Pschad in der Teure. Der alte Rebbe hat doch geschrieben dem Tanje zu verämpferen Apossig in der Chumisch. Also wie sie steht in der Teure. Auf der ganzen Teure. Kikorei weilecha haddava meyoid. Teure as Enes sagt zu jeder yit. As ist Kogov meyoid zu uphiten all mitzvies. Apfile dem mitzviefen Awe weire is euch in kog meyoid. In kog meyoid. Hatte ich getroffen, was hat Arbeits in der Meibestin? Arbeits in der Meibestin meyoid. Sogt atz pingt wie feier mit wasser kenne nicht gain zusamen kenne ich lieb um noch epes ach etz de eibestin. und eib da has liib noch epes hax den schein ik hast den stafen. Verwuss epes de chäub salvov es git nis zu verstehen de hes boh abe verwuss epes kenne ich nich liib um de eibestin teire sache kille almer leu pliege a de eibestin se zeh voil de de kegel is nis voil i verwuss tork nich liib hum dem kegel in dem me beshtin boh de machs is die was lern is chci is ich weiss is wie sie verstehen dem chäub salvov es pa fos tork nich liib hum no kib es so ktos vi feien wasser feien wasser ich will ich verstand nam chäub salvov es em veis pschat i lern dem chäub salvov es ab i sind bekant mit dem chäub salvov es i dach nis zu verstehen den gänse russ kemen is liib hum dem eb sten en i chäub liib alle teib wasser beid voile sachen gitte sachen ach meine wade de eb is go voile abbe dus is och not bad he und i chäub ziel leig a bissel ketschip bitt se noch besser if ha voss zog de chäub is el vowe is ich kenne is liib um dem eb shten ob ich hab blieb noch eb s ob am lernt dame tanje und alt rebit maz bier as ob du verstehst was meint ha shem ech hat als nur du der eb shto weil in sein mit sie is is kain sach bekl mich kam die macht von eb s am eb bis du kai f dem eb shtet das heisst die nehm s nisch tun dem eb s mit s wie kain se liib hum nas as so eb shto in liib hum ag schmys aber der alte Rebbe lernt also pshaten posseg das heisst an posseg sagt der eb shto mund von jeder jit ad du wenn du besollen schmai es roll und du wist achten dass nur du ein bist bist nicht bekam der mitzwee aber ben euch ist euch mochue yuf zig leben das ist nur du ein ab ist und nicht dothat hat schmai es roll was es mit juchid nur feyiden geben ste juh na vod den vod sajid ist mitzube und es sagt schmai yisrael hashem luk hashem echot iz de balshem tov hat megal legeveyn in der Zeit, in der G-d meint, dass er die einzige Sache, die sie verraten ist. Die einzige Sache, die sie verraten ist nur der Eimsch. Und das ist die wichtigste Sache, die sich in der Kirschmah befindet. Das ist der Mitzvah. Oh, aber das ist eine sehr schwere Worte. Das ist der Mitzvah, der G-d meint, und leben das, und liegen in dem, und erwecken dem Leben zu lieb dem. Erwecken mein Leben zu dem. Erwecken dem Leben nicht zu sein, der Käufer, aber erwecken dem Leben, dass er nur der Eimscher, dass du also hilfst. Oh, ich bekomme dich unerholt. Darf ich doch wissen, wo ist das G-d? Das G-d ist das Gebäude auf 8. G-d. Oh, ich weiß nicht, ach das G-d weiß ich nicht, wo du das ist, G-d. Ich kann wissen, da kein G-d ist. Aber G-d ist, ist doch gebäude auf den K-d, wo ist das G-d? G-d, G-d, G-d ist, ist gebäude auf G-d. Ist, was sagt der B-d? Was meint G-d? Sag der B-d, G-d, G-d, G-d meint und du darfst trachten in dem und du darfst nicht mehr so neffisch sein auf dem, als in der M-d ist der einzige Sache, was ist voran. In Toma verstehst du nicht, seht's eingelegt, sei sich mit Bönen, wie du weißt. Aber so nicht die Werte, ob du weißt, wie du sagst. Lernst du das? Das ist eine G-d, was du wissen, zu lernen, wie ich sage das? Aber das ist, die Zeit für sie das. Und dann, heute nicht unser Wissen, ich habe mich auch immer erzählt, in Buffalo, habe ich gewohnt für das Sachjuren. Und ich habe Schabbos, bei der Tag, habe ich geheht Rissische Jäden, wo sie sind gekämmen, wo sie sind erstereusen, sehr wenig gewiss von Jiedlichkeit. Und sie haben, aber gerade Jiedisch. Vielleicht, ich bin sie redden, bei der Sida, und sie gewöhnen, B-d, G-d, hat geht der Sida, aber ich gewiss, also wenn wir sitzen, und nicht auf der Weg gehen, weil sie pushen, gewöhnen, achatika, rügel, es gab es dort. In der Ferran, A-Yiid, wo sie standen, gegen mir, und sie zwei Jahre, wo sie standen, und sie schocken, mitzüge, bei einer so G-d, die Chalt mit, wo der so G-d. Ja, ja, und ich fiel, also geht, Bruch Hashem, auf einem, wo es kommt, auf ein F-2. Ich weiß, die Jäle, zu der F-2, aber ho, auf F-2. Nun, ein schöner Schabbes-Frieg sagte er zu mir, das ist nur zwei Jahre, und ich bin also happy, dass einer Ehe hat sich gezogen. Er fragte mir der Jinn mit der Sartmiemis, er versteht alles, was ich suche. Nur ein Wort versteht er nicht. Ich suche etwas eibischter, reibischter, wusser du es? Die versteht, das habe ich schon verstanden. Er hat alles verstanden, wusser du es, eibischter. Er versteht, aber er weiß nicht, wegen der G-8, er weiß nicht, was er sieht. Er hat nicht, um zu wissen, was er ist, was er hat der G-8 gewonnen. Ganz G-8 dreht sich auf der G-8. Das ist nicht kein G-8. Ich habe alles verstanden. was er nicht verstanden hat. Das ist nicht verstanden, du hast auch gar nicht verstanden. Die meisten verstanden, da hast du gar nicht verstanden. Ganz G-8 ist es, wegen der G-8. Und ich habe auch einmal erzählt, und ich will sie besuchen noch einmal. Und er ist reingegangen, nach Hosea zu dem alten Rebben. Einer von den größten Siedeln von dem alten Rebben. Und er hat geheißen, Reb Moishe Maislisch. Am Morgen, Dicke, Euer Wittaschem. Und er ist rein, zu dem alten Rebben, mit drei Scheiles. Herz, Reb Joerl. Ein Scheile, Wussi der Rebben. Nicht mehr, nicht weniger, also interessant ist mir. Wussi der Rebben. Der zweite Scheile, Wussi der Said. Der dritte Scheile, in Wussi sehr verbindet. Ja, so verbinden Sie so. Das sind die drei Scheile. Und der alte Rebben geimpft mit einem Nigen. Wussi der Rebben ist da? Der Rebben ist klar voran, und trotzdem ist gar nicht voran. Oder gar nicht voran. Das ist der Teutsche Ebben. Und was ist Ayd? Ayd ist der, was der hat. Und der Rebben ist klar voran, und trotzdem ist klar gar nicht voran. Und was ist sehr verbunden, wie er so verbindet sich Ayd mit den Nebben, durch den Koch. Also er ist klar voran, und trotzdem ist klar gar nicht voran. Das ist, dass der Rebben, der Yechides darf ins Reingehen, in unser Kopf. Das sein Scheile mit der Tscheuwe, das darf jeder Reine wissen von dem. Jehez, Rabbi Yoel. Ich tscheuwe sich mit dir, aber ich meine nicht, ich tscheuwe. Ich will hier so rein gehen, in die Kopf rein. Das hat der Baal Shem Tov mit Gala gewinnt. Was hat der Rechbi, Heintes lag Bäume, Pnimi, Sateu hat mit Gala gewinnt. Was meint Ebister? Und dem hat man doch nicht gewinnt. Das Ebister ist ein größer Ebister, ein Bäuerer von allen Welten. Das gewinnt ein Hass, von der Ebister. Ich kann verstehen, er lässt mich leben. Und er ist der einzige Verschaffer von der Welt. No problem. Ich kann essen, wo ich will, ich kann leben, noch gibt und tot. Und der Ebister sei ein größer, das Verschaffer von der Welt. Aber ich lerne, ich schaffe, die Ebister meint, als nur etwas voran. In der Hitze ist, oh, na, 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 na. Du, in der Schöne-Mein-Territory. Bis jetzt, koste ich nicht gegenseit, er ist der größte, ich bin nicht konkurrent, ich will keinem Ebister nicht werden, ich soll es sein, gesinnt in den Stadt. Aber ich beteide, die Ebister meint, als nur du der Ebister, und wo bin ich? Aha. Was heißt? Ich bin nicht du? Ich bin schon im Fähigen Jodl. Soll er immer zu ziehen, gehen zu mir und sagen, dass ich bin nicht du? So, mehr fällt ihm nicht. Und du schreierst, in dem Eivis, in der Schöne-Chot. Wo schreierst du? Du weißt nicht, wo du schreierst. Wenn du was gewusst, wo du sagst, wirst du nicht geschreien. Wirst du das gedacht, da rein trachten, stief in den Kopf rein, wirst du gedacht, da reinnehmen, mit schreien, wenn du gar nicht wehren. Das ist ein Gewein. Sie gewinnen, dass sie alle Jäden, dass sie vielleicht haben gewonnen, kam und alles zu viel, um die Schlöne. Durch alle Jäuern, was sie dort gewinnen. Und die Sache, wo du das nicht gewinnen, wo sie so sind, wie sie so sind, schmied. Was hat dich so excited? Sagt er mir, was heißt es? Es ist nur du ein Eibischter! So, was hattest du? Was darfst du schreien? Du bist in Konkurrenz mit dem Eibischter. Es kostet dir etwas Geld, das sie anlegen. Es ist nur du ein Eibischter! Ach, jetzt muss er sagen, es ist ein scheuter Erz. Weil das ist ein Gäuse, wo ich jetzt gelebt habe, es ist nur du ein Eibischter. Aber was darfst du tappen mit dem Fies auf dich? Was hattest du schreien? Genau du ein Eibischter! Okay. So, was? Was? Es ist doch ein Seminar mit der Zeit, aber du weißt nicht, was von deinem Leben, du weißt einfach nicht, was hat Chsides gesagt, was meint der Gäuse? Chsides, der Balschämter hat mich gar nicht gewöhnt, denn der Gäuse meint nur du ein Eibischter. Oh, 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 oh! Und was bin ich? Was ist wegen meinem Bank-Account? In meinem Haus? In meinem... Ich kann nicht reingehen jetzt in alle Brüten. Ist alles nicht voran? Ich lege doch meinen ganzen Küche, das ist den ganzen Tag in dem. Und jetzt sagst du mir, es ist nicht voran? Das geht nicht mit dem Schreien. Das darf ich reinnehmen, das geht ein Stück. Das darf ich wissen, Sie, ich halte an dem. Was habe ich dir gesagt jetzt? Und ich gehe dich möise nefisch sein, Alachtus Hashem. Ich gehe dich möise nefisch sein, nicht Kiddush Hashem, ich halte tanzen in der Feier. Da wird nicht helfen, laufen in der Feier. Da darf ein Mensch sich übergeben. Also er wird sein ganzes Leben nur wegen dem Eibisch. Das geht nicht mit dem Schreien. Das kann ich nicht mit dem Schreien. Das kann ich nicht mit dem Schreien. Das kann ich 70 Jahre arbeiten. Arbeiten auf sich, übergeben sich zum Eibischten, mit meinem ganzen Wurf, mit dem ganzen Tag, mit dem ganzen Tag. Einander Jüdischkeit. Man macht das so, man legt darauf, die Augen hoch, immer klappt, und man macht mit der Hand. Aber das ist doch nicht kein Circus, du. Du darfst doch wissen, wo sagst du, was hast du gemeint? Was hat dich eingeladen? Was hat dich eingeladen? Das ist die größte, die ich erwarte, der Herr, das. Ein Leben mit dem. Und das, ich sehe das. Leben mit dem Eich. auf dem darf man da werden, jeden Tag. Und man darf hören, und hören, und lernen, und lernen, und rein, übertrachten, und übertrachten. Das soll sein unser Leben. Weil das ist, in Ordnung. Der nächste Teich ist, falls der Tag in Ordnung ist. Aber das hat der Baal Shem Tov gemeint von uns. Das ist, lag Bäume. Das ist die Pneumis der Teure. Und das ist die Maschachung zu der Emes, zu der Emes der Emes. Leben mit einem Emes, nicht Leben mit einem Schecher. Für was heißt der Welt, Allem der Schecher? Nicht nur, weil Menschen auf der Welt liegen so. Der Schecher ist, der kommt auf der Welt, wie jemand, der er sich zieht. und die Erinnerung ist nicht, das ist die Schecher. Das ist die Teicharme der Schecher. Der Schecher wird kommen, wird man sehen das, wird man fühlen das. Und jetzt lebt man in der Schecher. Ich bemehle, darf man wissen sein, also an der Eberstadt, heint es matten Teure. Heint dort der Eberstadt uns mit Galle gewähnten Memmes. Aber jetzt ist es nicht Galle gewähnt. Hier weiß ich, dass es nicht Galle gewähnt. dass es nicht Galle gewähnt. dass es steht in Zoya, Rabbi Yoel hat sich zu ihr gett. Es ist eine Möpferische Zoya, das ist eine Möpferische Zoya. Das ist eine Möpferische Zoya. Ich kann das auch noch mal sagen, wenn wir nicht Galle gewähnt. Das ist eine Möpferische Zoya. Das ist eine Möpferische Zoya. Und das hat es nicht Galle gewähnt. Das ist eine Möpferische Zoya. Das ist meine Möpferische Zoya. Das ist eine Möpferische Zoya. Und sie werden werfe der Zoya. Das ist ein gebrochenes Interesse, hat schon Moshe Rabbeinu der Zehl zu der Aschbi das Wissen sein der Heiß Ziffer der Loch als jeden will Lernachsides und sie will Lernachsides eine neue Welt das wird sich öffnen eine neue Welt das wird sein das kommt doch ein Schlagbäume das ist eine Idee zum Schirr das ist eine Idee 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 ja, ja war das проект was hier vor war das war das was hier war war das was hier war WARBEINu ein das ist eine Idee die eigentliche Idee das z Integration blätter die mich das ist eine Idee Hallo? du verstehst? das darf... mit darf das wissen es ist nicht nur eine erreichte so für steig gute Sachen. Sie bekuach neffisch. Steht schon bei einem Ziffre der Lach, Jifg und Yisrael berachwende, mit dem wird man nach Hause gehen. Kommt doch aus, man muss das lernen. Dass er nicht dahinter mit wird. Das ist bekuach neffisch. Do I make, do I have a point? Do you know what I'm saying? Wenn er soll das nicht stehen. Und er sagt, ja, ich sehe das, das ist eine feine Sache. Ein scheines Form. Die alte Rebellionale Kopp. Das ist eine tiefe Sache. Wegen dem handelt sich du. Do handelt sich Bekuach Neffisch. Das sind die ganze Welt und die ganze Welt beschaffen von dem. Und als jeden du haben das Schuss, als ihr lernt, und ihr lernt die Teuressem von Raschbi. Sie mussten tanzen ein bisschen frei. Und wir mussten wissen, dass ein Heint ist unser Chassene. Das ist unser Chassene. Wie wollten wir uns ausgleichen an Chassides? Das ist eine schöne die Teuressem. Stellt euch vor. An Chassides. Und wir müssen die Teuressem raus zum Lanz. Das Problem ist, dass wir das Neue über die Teuressem sind. Und wir wissen, dass wir das das Leben wissen, dass wir uns 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 über die Teuressem haben, dass wir uns über die Teuressem über die Teuressem. Und wir wissen, dass wir uns über die Teuressem lernen, dass wir uns über die Teuressem über die Teuressem über die Teuressem Man nimmt sich so etwas als Wille. Man darf liegen in ganzen Sachen. Man darf leben mit Gesittes. Der Mittler Rebbe, aber es ist jeder Rebbe, will sie gewinnen seinen größten Wunsch? Das ist das Leben. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Rabbi Yoel, was ist das? Das ist das Leben. 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 Das Leben. Das ist das Leben. Das leber auf die Teule, das in der Ibringen. Der Ibn hat sich rein Sandy gelegt in der Teule. Aber 하면 lernen, nur worldwide, viendo was du schriegst, von wo du handelst sich. Aber 하면 lernen, die ganze Zeit jetzt lebt wegen dem Ibnilen. So, Es ist ein Geschenk. Das ist ein Willer. Das ist ein Willer. Das ist ein Willer. Das ist ein Willer. Das ist ein Mensch. Und er guckt auf die Welt. Alles was es in der Welt ist. Er sieht wie das alles. Ein Mensch soll in sein eigenes Leben reinkicken. Er sieht so viele Sachen, die man nicht kennt. Das ist ein Willer. 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 Das ist interessant. Das ist interessant. Ich denke, dass ich nicht so gut bin. Das ist ein Chessidisch. Das ist ein Chessidisch. Es ist ein Pakkant mit der Barreche. Das ist ein Chessidisch. pieces in dem Hoast machen, und es ist ein ernster Kind. Bleist du, das funktioniert nicht? Ja, dein Ding ist erst mal用. Extrem und heil mit dem Clip. Das nimmt sich auf das Brot und ja dinheiro. Wo wurde Ride gar nicht. Ich habe gesagt, und ich spreche ihm ein paar. Und er hört noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ja, 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 ja ach ja 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 jaja ja 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 sä Jaja ist richtig tra Act ja 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 Ja, 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 ja Ja, 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 ja zwei yeah ja 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Pfanach eleg, wenn ein Nemlig geht tajaiaiai. Pfanach eleg was mit D-Ebe gehibet. Da ist sie ein Handeln zu verinnern! Ja, 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 ja. Es ist bekannt und es ist bewusst, Adrashbi hat gebeten, Baklal Yisrael, aber es soll sich freien bei Simchossay. Und als wir haben das Schuss zu sich mischtatev sein in der Verbrengung von Lackbäumer, tut man für sich der größte Schuss und das bringt Adrashbi in Eure Rachmim für jede Einer von dem wir sind mischtatev bei Simchossay und der Eberchter wird benschen, jede Einer mit Joday, HaMleya, HaPsocha, HaKdeutscha und es ist bewusst, der Rebbe fletasachmol chazren also da, der Baal Shem Tov Sider und der ganze Sider ist bei Ksav Yad. und der Baal Shem Tov Sider und der Baal Shem Tov Sider und der Baal Shem Tov Sider mit Joday HaMleya, HaPsocha, HaKdeutscha und der Baal Shem Tov Sider steht anstatt HaKdeutscha und der Baal Shem Tov Sider steht HaGimol, HaGidusha. noch, in dem man muss sein HaKeli und HaKeli ist HaKlei Reikon und man muss sich auslöden von allen Sitzungen und man muss sich kochen in der Meibestin und drehen sein Dorf und im Meibestin und im Anschluss stellt sich zu sein HaKlei Reikon und das muss sich ein HaKeli zu der Meibestin und ich glaube und glaube die HaKeli der Gehet Ammol, der Zippur, der Rebbe Rashaab ist Ammol gesessen bei der Verbrengen und wie sie gewinnt, weiß, dass der Seder hat Ammol allein angegossen, der Rebbe vielleicht angegossen in dem Kreuz, von dem, wo es hat gewollt, dass er sagen, Lechaien. Also wie jener hat, Baruch Hashem, nicht geholt, ganz sicher. Chodere gewissen zu dem Rebbe, es macht sich also eine, wo es auch nicht... Gitzel. ...sich, chodere, der Scheuze gewissen zum Rebbe, also hat schon. Das heißt, in einer anderen Werte, bei ihm ist also gekommen, der Rebbe ist der Bartender. Also hat schon gesagt, was hast du, oder was hast du, und was will ich dir geben? Die hast, was hast du, der Rebbe gitte, und der Rebbe gitte, gitte der Bruch des Ischies, und die sagt, du schaub schoen. Sie sagten, der Rebbe, was hast du und was will ich dir geben? Aber als ich sage, ich hab schoen, Baruch Hashem, ich bin, ich fühle sich Baruch Hashem... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh... Dann verstehst du nicht, was will ich dir geben? Was hast du? Ich darf sich wegstellen, als ich bin gar nicht. Ich bin ein klei Reikon. Ich bin. Ich bin... Woll man es responsibility hat, den ich mit dem Schraubnerbuchs war. Ich weiß, dass die Führung im Beschreibung ist, wenn du hier verraten. Aber du musst dich mit dem Schraubnerbuchs verraten. Du schreibst, du schreibst, über die Schraubnerbuchs. Ab Linux erschießen wir. Wir müssen wissen, dass ich gar nichts habe. Aber der Herd hat gar nichts. Demals ist man alle. Ihr wisst, Chochme der Azilis, der höchste Medräge von Azilis. Was ist Chochme? Was ist Chochme? Die Katsi iches, von dem größten Medräge in Azilis ist, als er der Herd, als er ist Gornischt. Oh, die Bitz Gornischt steht, hat er alte Rebbe gesagt, »Kobalti mimori«, von dem Magdez, »Az vus gefinz sich in Chochme. »Hu levadai hu, wie ein Zulassai, das mit der Rebbe ist, wie er ist, er ist in Kulofaranen, und das ist die Medräge von Azilis. Das ist die Medräge von Azilis. »Az vus gefiel, dass er es Gornischt. Demut kann er in einem scheinen der Rebbe sterren. Wir meilen, »Mir dürfen wissen sein, als Heind darf er sich stellen zu der Raschbi. Rebbe, Raschbi, mein Teil der Rebbe. Ich hab gar nichts. Ich bin gar nichts auf einem Neues. Nicht der Hals doch gar nichts. Ich bin gar nichts auf einem Neues. Aber wie du fühlst also, bist du die Keli zu bekommen, die größte Brachs. Die größte Medräge von Azilis, der Hed, also er ist Gornischt. Ich sehe, »Akeli, af hu levadai hu, wie ein Zulassai.« »Das hat der Maggit gesagt.« »Der Eibischte meint, als nur er es vorhanden.« »Had du fielst koich maa.« »Demus bist du a Keli, er soll sich der Herren in dir, hu levadai hu, wie ein Zulassai.« »Kolsmann, ich halb von sich etwas.« »Ich mein«, »Soft gelt soft, ich mein«, »Oh, ich mein«.« »Demus ist kein Keli vor dem Eibischte«, »Val der Eibischte meint, hu levadai hu, wie ein Zulassai.« »Aber du bist koich maa.« »Das ist interessant, der sagt, »Der größte Baal Yichis«, ist der, was er hält, also er ist gornischt.« »Vehr interessant.« »Hand«, »Shtippen sich jeder eine, wie ein Rebbe.« »Ai, heute bis Rebbe«, »Wie kann sich stippen?« »Das ganze Male da eine ist, »Ade filzabes gornischt.« »I was rickst du ricks?« »You got the wrong religion here.« »Ai, da ganze Male, für die ganze Esa, der filzabes gornischt. Wie stippst du es?« »Das stippste Werner.« »Was stippst du?« »Hand«, »Stellt man rein, »Avile de pictures«, »in die alle newspapers«, »Wert frieh durchgecheckt.« »Sie mer vermagte Eugens, »es verglotzte Eugens, »es mitpries, umpries.« »Se stimmt nicht, »puschet mit dem Messias.« »Auib de ganze Teitsches, ich bin ganz im Gornischt.« »Something's wrong.« »Lagbäume ist gewinn, »Auib de Rabeam«, »Auib de ke Esrotzen.« »Met gedarft, »Menschen, was um gedarft, um braches, in yeshies.« »Hat man gewiss, »Als lagbäume ist der Zeit«, »Mu fläck gehen, »Sit dem Reb, « »Mit gewahrt, »ai ganzen Jahr«, »Fa lagbäume.« »Der Rabeam flägen, »Narois gehen, »in der Feld.« »Praven lagbäume in der Feld.« »Und dorten flägen gehen, »Auilien, was um gedarft, »Tomi ischies«, »Hat man gewiss, »Hat man gewiss, »Auilien der Zeit«.« »Darfen wissen sein, »Sin nachhals lagbäume, »Mu verbrengt doch jespaar lagbäume.« »Mit kein Heinz als ois beten.« »Nar me darf zugehen.« »Ou me darf zugehen mit an Ernstkeit.« »Zumeibischt.« »Habriel, »You're tired? You're thinking about tomorrow's Gemorra?« »I'll tell you like this.« »Mepalt anything.« »Au bestav zahen, »Degant se Gemorra »is melen vegnemeibischt.« »Medaf lenen, »Yoyimum velayla.« »Auilien, »Auilien, « »Auilien, »Auilien, « »Auilien, « »Auilien, « »Auilien, « »Auilien, « »Auilien, »Auilien, « »Auilien, « »Auilien, « »Auilien, »Auilien, « »Auilien. '' »Auilien, » »Auilien, Laagbäume. Gefällt dir der Meister? Das darf man wissen. Dann wissen, was meint der Rabbi von einem Zuhörer mit jedem und einem, und er will dem Mechadig sein, möchte sein nach so Jahren. Ich weiß, wie du siehst, die weiß der Meister, aber ich habe es letztens gesehen, als sie gewinnt der Kind neun Jahre alt. Hat er geschrieben zum Reben, an seinem Ohm, hat er macht, als er geht öffnen, als er gemillt das so dem Projekt. Als er wird Thomas mit seiner Kind in seiner Klasse in seiner Klasse, wo es darf um ein Pencil, hat er hat er gekauft ein paar Pencils, und das wird seiner Meister, wo es darf ein Pencil, wird er keinen Pencil. Hat der Rabbi sich vernimmt mit jenem Boi. keinem Kohl hat der Rabbi geschickt dem offiziellen Zettel, mit der, you know, whole stationery, zu den Hohle von der Corporation, von der Pencils, mit der Brache, nicht kein Joke, das ist eine vernehmt der Sache. Und der Rabbi hat mir stattgefunden mit 50 Dollar in der Mäuse. Und der Rabbi vernehmt sich mit einem neinten Jahre alt Kind, was er hat gemacht, dass er eine schöne Sache hat. Und der Rabbi vernehmt sich mit mit der Jäte mitgete mich idet. Es ist moierig. Und das ist a Gris von Lagbäume. Hallo. Haste? Das ist a Gris, a frische Gris von Lagbäume wenn ich begebe 16 Jahre alt. Okay? How? Okay, ich bin sehr glücklich. Ich bin Gewein Apirem Topschen Chavrov Dachsich Imitten der Verbrengen hat der Rebbe mit der Mühl Kol Apoy Schatz Neus Nulloy Vers Witz Sie Kimmel zum Reben, also will ein Wein, verbrochen, der Rebbe geht doch nicht an den Bartender. Wenn es mit Züge mit dem Geib ist, dass ich da bin, wenn ich da bin, muss ich da mal 5,5-5,000 Milen oder mit Hertha-Zasache mit dem Verbrengen, ist mir gelaufen, also mit der Heschröcke, ich stelle Fies auf Kapp, frag nicht, was sie gewöhnt. Anyways, ich bin gewöhnt an Schurdi, ich bin, sie will, ich bin in der Kirche, und ich habe gemeint auch, ich habe gerade gebeten Pflanz, aber auch noch gehört, die Welt gewöhnt, wenn ich das Haus Café habe, dann geht es an irgendeine aber ich hab in Schmerz, alle Machen, ich hab in Schmerz. Ich habe meine Tat mit mir gehört. Später, so kommt die Rebbe von den Vervenden. Ich bin in Puischmerz, aber in Eastern Parkway, Und er geht schon weiter. Der Rebbe mit dem gegessenen Potluch und der Rebbe teilt in den Auto, der Window ist open, und der Rebbe teilt schon weiter. Ich bin noch gelaufen zu den Auto, und mit mir, mit mir gestanden, weil ich nicht mehr gekommen bin. Ich bin noch ein bisschen zu klopfen, aber kein Maschke, aber auch nicht mehr. Nach dem geht der Reise der Schmur, der Rebbe schoint bei sich hin, und er geht schon weiter. Er geht schon weiter. Ich habe nicht gelaufen dort. Er meinte, mit mir zu treten, und ich habe nicht bekommen. Alle bekommen, und ich habe nicht bekommen. Ich habe das sehr stark zum Herz genommen, also er meinte, es geht nicht. Nicht dir. Anyway, ich habe sehr stark gewonnen zu machen. Ich habe mich gewonnen, und ich habe nicht gelaufen. Ich will wegstellen sich beim Rebens-Tier, das ist ein Jechideszimmer, und ich kann dort stehen, bitte, ich habe nicht mehr gewonnen, ich habe nicht mehr gewonnen. in der nächsten Tag, in der Nacht, in der ganzen 770, alle Banken sind gewonnen. Alle sind gewonnen, die Banken, nicht gewonnen, die Bank vielleicht zu finden. Alle, uns gelegt auf die Bank, und wir schläft, und wir schläft, und wir schläft, und ich warte auf den Rebbe, und ich komme in zehn Sekunden, der Rebbe kommt zum Leinen, in der nächsten Tag, in der nächsten Tag, und ich stehe dort noch von dem Rebbe, und ich stehe dort beim Rebbe, und ich sage dem Rebbe, als ich noch nicht bekomme. Nun, der Rebbe ist da geholfen, und der Rebbe hat mich reingenommen ins Zimmer, und er ist gegangen zu seinem Closet, und er hat sich reingebeugen, und er hat mich reingenommen von einem Kreuz, welches er hatte, und er gewöhnt Wein in dem Kreuz, und hat mich umgegossen, aber ich habe schon gesagt, dass er mein jünger Lied ist, und er hat mir gegeben, er brachte. Das ist die ganze Story. Aber was er gewöhnt in der Kunde? Ich hatte keine Nischbach kommen. Und Nischbach kommen, und Nischbach kommen, und Nischbach kommen, und Nischbach kommen. Aber doch auch wir nicht. Er hat mir gesagt, Lloyd, you know, you are not getting it. You understand? Aber es hat mich so zerbrochen, bin ich gestanden, die ganze Nacht bis der Freude, und damals hat der Rebbe mir gegeben. sondern wir haben einen Schmack. Aber noch eine nischbach, noch eine nischbach, und noch eine nischbach. Es hat mich nicht genügt, aber noch eine nischbach. Also gibt es noch eine nischbach, und noch eine nischbach, aber geht weiter. Das ist die Geschichte. Was sagst du? Komm auf, komm auf. Komm auf, komm auf. Du sollst gehen mit der Schlache. Du hast das Schuss und du kennst der Filme nicht. Aber an dir wird das nicht gewöhnt. Beim Mail sollst du gehen weiter trasske Menschen rief sie auf und weg sie auf für mich in der Nacht, dem Mist käme allein. Hallo? Wollt ihr sein Gebet? Sein Gesittenstark. Was? Was fragt ihr? Pashas Tetzave Are you familiar with the text that the Zoya goes by Pashas? So it's Shmois Pashas Tetzave Daf Kuf Pei Daled Amid Beis Alright? And all the Zoyas have the same pages. So you can't say in mine Zoya it's not there. In every Zoya it goes by the Daf and it goes by the Pashas. A Pashas Tetzave A Pashas Tetzave A Pashas Tetzave A Pashas Tetzave You want it so easy, yeah. Da singen die Mauten Rebens nicken, achon, 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 achon nicken. Ay, 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 ay das ist Ahohl, yai, yai. Oya, 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 Oya Ja, 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 ja ja, ja, ja ja! Jaja, 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 J Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Da 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 ja 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 Oh yeah Ah ja 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 Ah ja 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 ahh Ah ja ja Ah ja 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 Ah ja 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 Ah basket Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ay yai 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 Sehr schön.